Lange habe ich überlegt, ob ich dieses Video überhaupt machen soll. Im vergangenen Jahr haben wir den Meilenstein der 10.000 Abonnenten geknackt, womit ein riesiger Traum für mich in Erfüllung gegangen ist. Vielen Dank nochmal an alle, die hier mit an Bord sind. In Deutschland gibt es ja so einen generellen Konsens, dass man über Geld und Finanzen besser nicht spricht. Aber besonders für mich als Finanzkanal finde ich es unglaublich wichtig, da Transparenz zu zeigen, denn nur wenn ich weiß, wodurch eine Person motiviert ist, kann ich auch für mich entscheiden, ob ich dieser Person vertrauen möchte in ihrer eigenen Meinung. Und niemandem sagen, aber ich schaue mir diese Art von Videos auch bei anderen Kanälen unfassbar gerne an. Und genau aus diesem Grund habe ich die Entscheidung getroffen, alle Zahlen zu zeigen und nicht nur die YouTube-Einnahmen, sondern alles, was so dazugehört und sonst auch gerne mal weggelassen wird. Denn jetzt mal ohne uns, die YouTube-Einnahmen sind bei den allermeisten Creatoren nur das kleinste Kuchenstück und da gehört noch eine ganze Menge mehr dazu. Wir blicken heute also ganz strukturiert darauf, wie und wie viel kommt eigentlich von YouTube rein, was für weitere Einnahmequellen habe ich und was fließt eigentlich so an Zeit, Kosten und Mühe in so einen YouTube-Kanal rein. Ihr bekommt also einen nahezu perfekten Überblick über die Finanzen hinter so einem YouTube-Kanal. Ich weiß, ich schulde dieses Video absolut niemandem, aber ich habe einfach Bock drauf, das zu machen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr heute meine Freunde unterstützen, denn die schreiben seit einiger Zeit einen Newsletter namens Kikeriki, der jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 6 Uhr morgens in eurer Inbox landet und ihr bekommt kurz und knapp die wichtigsten Ereignisse aus Welt und Wirtschaft in einer E-Mail und das komplett kostenlos. Lasst eure E-Mail über den ersten Link in der Videobeschreibung oder angepinnt in der Kommentarsektion da und genießt dreimal die Woche die E-Mails von Kikeriki. Ich finde den Newsletter sehr, sehr geil, probiert es gerne auch aus. Also starten wir mit der ersten Einnahmequelle, YouTube. Wenn ein Creator davon spricht, dass er von YouTube Geld verdient, meint er meistens seine AdSense-Einnahmen. Denn YouTube kann vor, während und nach deinen Videos Werbung schalten. Darauf haben wir übrigens keinerlei Einfluss. Das heißt, falls Prinz Markus mal wieder vor meinen Videos irgendwelche Coachings verkauft, dann färbt das leider auf mich ab, aber ich kann dagegen nichts tun. Da gibt es einmal die klassischen überspringbaren Werbeanzeigen, die nicht überspringbaren Werbeanzeigen, die sogenannten Bumper-Ads, das sind einfach nur sechsekündige nicht überspringbare Werbeanzeigen und Display-Anzeigen, also kleine Werbefelder, die irgendwo aufploppen. Und all das Geld, was aus dem Verkauf von Werbung rund um die eigenen Videos reinkommt, teilt man sich dann mit YouTube. Dabei gehen 45% an YouTube und 55% an den Creator. Es gibt dabei eine Kennzahl, die von enormer Bedeutung ist. Und das ist der CPM. Der heilige CPM steht für Cost Per Mill, auf Deutsch TKP, 1000er Kontaktpreis, und bezeichnet einfach nur den Betrag, den ein Werbetreibender dafür zahlen muss, um vor 1000 potenziellen Aufrufen vor deinen Videos Werbung schalten zu dürfen. Der CPM, ob der niedrig oder hoch ist für einen YouTube-Kanal, hängt von zwei ganz wichtigen Kriterien ab. Und zwar der Demografie deiner Audience und was für Themen du in deinen Videos behandelst. Und da bin ich so ein wenig im Glück, denn für YouTube-Verhältnisse haben wir eine verhältnismäßig alte, kaufkräftige Community. Grüße gehen übrigens raus an die 1,8% weiblichen Zuschauer. Denn nicht nur ziehen Finanzthemen insgesamt so ein bisschen mehr ältere Zuschauer an, sondern lassen Finanzunternehmen sich die Werbeplätze vor meinen Videos auch einfach einiges mehr kosten. Dabei verdienen Comedy- und Gaming-Kanäle auf 1000 Klicks meistens nur so 1-2 Euro. Da drüber liegen Sport- und Politikthemen. Bei Beauty- und Modethemen sind es dann meistens schon so 5-7 Euro. Automobil-Content wird noch besser bezahlt, das geht dann in so Richtung 7-10 Euro auf 1000 Klicks. Und mit Finanz-Content ist man da schon so bei 12-15 Euro, die man bei 1000 Klicks bekommt. Bei mir lag der CPM in 2023 bei 12,75 Euro. Aber take it with a grain of salt, da fließen so viele Faktoren rein, dass man das nicht 1 zu 1 auf andere YouTuber anwenden kann. Es gibt hier genauso gut große deutsche Unterhaltungskanäle, die einfach extrem werbefreundlich sind oder als extrem werbefreundlich eingestuft werden, die teilweise höhere CPMs haben als ich, obwohl ich Finanz-Content mache auf YouTube. In Amerika verdient man sowieso viel, viel mehr, das kann man gar nicht vergleichen, aber das soll nur so als ganz ungefährer Richtwert dienen, damit ihr das so ganz grob einschätzen könnt. Es gibt jetzt aber eigentlich noch eine Kennzahl, die viel, viel wichtiger ist als der CPM, denn der CPM ist vor dem Cut mit YouTube und der RPM beschreibt, was für den Creator selber nach 1000 Klicks eigentlich in die eigene Tasche geht. Ich habe im Jahr 2023 für 1000 Aufrufe im Schnitt 6,16 Euro verdient. Und das ergibt dann über die verschiedenen Monate folgende Umsatzaufteilung. Im Schnitt gab es also knapp 101 Euro im Monat, was aufs Gesamtjahr gerechnet für die 196.891 Aufrufe knapp 1213 Euro waren. Natürlich sind diese Zahlen stark davon abhängig, wie viele Videos über das Jahr hinweg erschienen sind. Und hier seht ihr mal die Anzahl an Videos, die in den jeweiligen Monaten dann von mir hochgeladen wurden. Das ist natürlich einfach nicht ausreichend und auf jeden Fall etwas, was ich im Jahr 2024 deutlich besser machen möchte. Es soll dieses Jahr mindestens 48 Videos erscheinen. Das waren übrigens meine monetär erfolgreichsten Videos dieses Jahr, mit dem Charlie-Manga-Video vorneweg, natürlich als klarer Ausreißer. Das Video hat mittlerweile fast 40.000 Aufrufe. Und jetzt gibt es einige Kandidaten da draußen, die sich hinstellen, so, ich habe euch all meine Zahlen gezeigt, das verdiene ich mit YouTube, aber das ist natürlich völliger Blödsinn. Das, was man als Creator mit YouTube an sich verdient, ist meistens das kleinste Stück der Torte und da gehört natürlich einiges mehr dazu und auf einige weitere Einnahmequellen möchte ich deswegen hier jetzt eingehen. Da wären zuallererst die Affiliate-Links. Affiliate-Links sind das, was ihr bei den allermeisten YouTubern aus der Videobeschreibung kennt, und zwar immer die Links, die mit einem Sternchen markiert sind. Das hat rechtliche Gründe und soll einfach nur verdeutlichen, dass es sich dabei um einen Affiliate-Link handelt, bei dem der Creator mitverdient. So findet ihr beispielsweise bei Finanzfluss in der Videobeschreibung eine Reihe von ihren Empfehlungen oder bei verschiedensten anderen Finanz-YouTubern einen angepinnten Kommentar, zusätzlich in der Kommentarsektion, wo die wichtigsten Links noch einmal hervorgehoben werden. Solche Affiliate-Links sind eine Win-Win-Situation und einfach ein sehr, sehr geiles Konzept. Als Creator kann man Produkte weiterempfehlen, die man selber benutzt und sich dafür auch noch eine Provision eintüten und der Zuschauer bekommt geile Produkte weiterempfohlen. Wie so ein Affiliate-Link strukturiert ist, ist unterschiedlich. In den allermeisten Fällen ist es eine Einmalvergütung für einen weitergeleiteten Kunden, manchmal ist es auch ein Revenue-Share-Modell, das heißt, man bekommt vielleicht für die nächsten zwölf Monate 30% des Umsatzes, den ein Kunde auf einer Plattform dann lässt. Der große, große Teil der Affiliate-Einnahmen bei Finanzkanälen sind für die Weiterempfehlung von Aktienbrokern. Und da möchte ich euch einfach mal so eine ganz ungefähre Idee geben, wenn man wirklich gute Broker weiterempfehlt, dann liegt die Provision hier meistens so zwischen 50 und 100 Euro, kommt ein bisschen auf den Broker an. Wenn man dubiose Broker oder Kryptobörsen weiterempfehlt, bekommt man da teilweise noch viel höhere Provisionen, aber darauf möchte ich gar nicht erst eingehen, weil ich das für völligen Schwachsinn halte, wenn das Leute machen. Das Ganze habe ich im Juli letzten Jahres gestartet und sieht heute folgendermaßen aus. Es kam jeden Monat zwischen 300 und 500 Euro ungefähr über diese Broker-Failate-Links rein, ich habe die nicht sonderlich aggressiv beworben, aber sie waren halt immer in meiner Videobeschreibung und häufiger auch als angepinnter Kommentar. Das ist schon ziemlich viel und hat mich auf jeden Fall überrascht. Insgesamt kommen wir mit den beiden Einnahmequellen dann für das Gesamtjahr 2023 auf einen Umsatz von 3.453,18 Euro. Das finde ich schon sehr ordentlich, dafür, dass meine Zeit für YouTube mehr als begrenzt war. Wer jetzt denkt, das war schon, den muss ich leider enttäuschen, denn eigentlich würde da noch mehr kommen. Und zwar Sponsorships und Product Placements. Natürlich kann nicht nur YouTube vor, während und nach meinen Videos Werbung schalten, sondern ich kann auch selber mit Unternehmen Deals aushandeln und dann deren Unternehmen oder deren Produkte in meinen Videos vorstellen. Auch hier gibt es dann wieder unterschiedlichste Arten und Weisen, wie so ein Deal strukturiert sein kann. Die gängigste Methode ist, dass man sich einfach auf ein TKP, also einen 1000er Kontaktpreis einigt und diesen dann mit den Klicks multipliziert. Heißt, ein Video macht 10.000 Aufrufe, dann wäre bei Unterhaltungskanälen vielleicht ein TKP von etwa 30 Euro vereinbart worden, sprich 300 Euro für den Deal. Im Finanzbereich liegt man hier auf jeden Fall über 50 Euro pro 1000 Klicks, kommt natürlich sehr auf die Art des Unternehmens an, mit dem man zusammenarbeitet. Ich habe bei Finanzkollegen aber auch schon Deals gesehen, wo der TKP deutlich über 100 Euro lag. Also das ist etwas, was ich dann auch bei 10.000 Aufrufen schon mehr als lohnen kann. Und das wird euch vielleicht überraschen, aber das ist mit Abstand, mit Abstand der anstrengendste Weg, auf YouTube Geld zu verdienen. Während die allermeisten denken, da muss man irgendwie nur ein Produkt in die Kamera halten und einmal kurz ein Unternehmen zeigen, was da hinter den Kulissen an Arbeit reinfließt, damit so ein Deal dann zustande kommt, ist einfach sau, sau nervig. Klar sind da auch irgendwelche Crowd-Investment-Plattformen aus Zybern dabei, die 4.000 Euro für eine Video-Integration ausgeben würden, auch bei meiner Kanalgröße. Aber da ist mir das Vertrauen mit euch natürlich viel zu wichtig und mein Ruf, den ich mir hier über Jahre auf YouTube aufgebaut habe. Ich würde sagen, pro Jahr kommen da in meine Inbox so 300 bis 400 Anfragen rein, von denen viele natürlich sofort aussortiert werden. Ich hatte letztes Jahr 25 bis 30 Videocalls ungefähr mit potenziellen Partnern, häufig auch mit demselben Unternehmen mehrmals und das waren auch sehr gute Gespräche, wo in Zukunft mit Sicherheit noch was auf euch zukommen wird. Jetzt im Januar gab es ja auch schon die erste Partnerschaft mit GetQuinn, aber da fließt einfach unfassbar viel Zeit rein und ich würde diesen administrativen Kram gerne an jemanden auslagern. Und die finale und geilste Einnahmequelle sind dann eigentlich eigene Produkte. Es gibt nichts Besseres, man baut für die eigene Zuschauerschaft ein Produkt, was einen höheren Mehrwert hat als den Preis, den ihr dafür zahlen müsst. Das ist im Endeffekt dann eine Win-Win-Situation und man hat etwas geschaffen, was einem wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge Spaß bereitet. Und da ist es natürlich kein Zufall, dass ich angefangen habe, meine schriftlichen Aktienanalysen kostenlos hochzuladen, um mir auf Substack ein weiteres Standbein zu eröffnen. Solange ich nicht genug Kapazität habe, regelmäßige Aktienanalysen hochzuladen, wird das selbstverständlich auch kostenfrei bleiben, aber es ist schon überragend von euch, dass nach nur zwei Aktienanalysen wir über 500 Leser dazu gewinnen konnten. Die beiden Analysen wurden mittlerweile schon über 5000 Mal angeschaut. Das ist wirklich heftig. Aber was fließt eigentlich so an Zeit, Kosten und Mühe in so einen YouTube-Kanal? Ich weiß, ich weiß, der Betrag, den ich hier auf YouTube verdiene, ist nichts, wofür ich mich in irgendeiner Form rechtfertigen muss, aber ich finde es trotzdem einfach interessant, mal meinen eigenen Stundenlohn auszurechnen. Und genau das habe ich mal grob überschlagen gemacht. Ich habe im letzten Jahr 25 Videos hochgeladen. In ein so ein Video fließen mindestens, mindestens 40 Stunden Arbeit und da habe ich jetzt noch nicht das ganze Administrative eingerechnet. Und wenn wir einfach nur von diesen Annahmen ausgehen, bei einem Gesamtumsatz von 3.453,18 Euro, würde ich für das abgelaufene Gesamtjahr 2023 auf einen Stundenlohn von 3,45 Euro kommen. Damit liege ich knapp über dem Mindestlohn in Ungarn und knapp unter dem Mindestlohn in Rumänien. Und wir haben das ganze Video schon so getan, als ob Umsatz gleich Gewinn ist und das stimmt leider natürlich nicht so ganz. Hier stehen auch erhebliche Kosten hinter so einem YouTube-Kanal. Zumindest in meiner Größe macht das noch relativ einen wirklich beachtlichen Teil aus. Kosten für Kamera, Laptop, Videoschnitt, Fotobearbeitungs- und Audioaufnahmeprogramme, Finance-Tools, Bloomberg, Handelsblatt, Business Insider und weitere Abonnements und eine Reihe von Substack-Abos, also da läppert sich schon, aber das zu genau auszurechnen, da würde ich dann selber den Spaß dabei verlieren. Ich glaube, das Video hat super mal dargelegt, wie lukrativ so ein Finanzkanal eigentlich sein kann, aber auch, warum solche Finanzkanäle jetzt nicht wie Unkraut aus dem Boden sprießen, weil da einfach extrem harte Arbeit dahinterstehen und die Jahre gehen in so einen Kanal, bevor man überhaupt damit irgendwas verdient. Mir macht das Ganze einfach enorm viel Spaß und deswegen, solange es irgendwie in mein Leben reinpasst, werde ich das Ganze natürlich weiter betreiben. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Falls ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da und bis dahin, reingehauen.